Ich wollte mich bei euch bedanken für die super Unterstützung, die uns die ganze Saison entgegengebracht hat, in guten und in schlechten Zeiten. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass die Fans und die Stadt so hinter einer Mannschaft stehen. Es ist einfach ein unfassbar gutes Gefühl, dass man immer weiß, dass man euch im Rücken hat, die den Rücken stärken. Das hat erst am letzten Heimspiel wieder gesehen, dass 37.000 Leute da waren. Es ist einfach ein unfassbares Gefühl für uns und wir freuen uns auf die nächste Saison mit euch. Ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich es einfach unglaublich fand, wie ihr das ganze Jahr über uns unterstützt habt, auswärts sowieso, aber auch zu Hause. Ich glaube, dass auch durch die letzte Saison da schon einiges zusammengewachsen ist und in dem Jahr seid ihr mit uns durch Dicke und Wimge gegangen, auch weil ihr gesehen habt, dass wir alles gegeben haben, auch wenn das Ergebnis nicht gestimmt hat. Und das finde ich einfach außergewöhnlich, wie wir da zusammengehalten haben und ihr seid mit dem Grund, warum wir das am Ende geschafft haben. Nach acht Jahren im Verein war das wieder einmal eine Saison, die wir so nicht geplant haben. Ihr wahrscheinlich genauso wenig, aber die Unterstützung war wieder grandios und nur mit eurer Hilfe konnten wir den Klassenerhalt noch möglich machen. Die Unterstützung speziell in den letzten Spielen war wieder sensationell. Vielen Dank dafür und ich hoffe, wir sehen uns dann im neuen Jahr genauso wieder.